Schranken sind beim Dryland Mushing immer wiederkehrende Hindernisse. Die Kommandos Overhaul und Overgee lenken ein Gespann auch um ein Hindernis herum. Mit der Zeit erkennen die Hunde geschlossene Schranken und umfahren sie selbstständig. Die folgende Schranke war bisher immer offen und man konnte so hindurch fahren. Eila, links, ist in der veränderten Situation sichtbar unsicher. In der Wiederholung ist deutlich zu sehen, dass Eila Blickkontakt zur erfahrenen Hündin sucht und sich an ihr orientiert. Sitka, rechts, drängt Eila dann deutlich sichtbar mit ihrer linken Schulter in den richtigen Laufweg. Eila Blickkontakt Eila Blickkontakt